willkommen mein name ist aniel und spielzeug zurück zuletzt play ford auf vier letzte folge haben wir die kann aus plaza betreten und laut dem lade beschrieben der gerade da war okay ist das das hauptquartier der gunners das gebiet hier also kommen aber mehr so viel von ihnen sind so ich habe jetzt mal das dinge genommen und hoffe das wird es auch bringen hat sturmgewehr mit plasma schüssen und so und ja ich kann das ehrlich gesagt nicht weiter auf ball an weil ich waffen freak vier brauche was gar nicht schlecht ist weil das bedeutet dass eine verdammt gut waffe ist wenn man für die meisten sachen erst stufe drei oder vier überhaupt auch um überhaupt was machen zu können mit dem mit dem teil hat der fett man zum beispiel auch deswegen selbst große hoffen in diese waffe hat die viel schaden macht und vier tötet ich habe jedenfalls genug munition 500 5,56 millimeter also ja er hätte auch nicht was bringen dann sind zwar noch ein paar gegner ja wie zum beispiel er hat da keine mg hat was wir macht gut fertig vielleicht war besser wird die munition nicht so schnell der hat das gefühl noch einer aber so ein fertig kotzt du musst dich immer vor mir stellen kann das sein die plasmatisch ist genannt das richtig geschrieben ist aber ich hoffe ja doch der ist jetzt da reingetreten ehrlich gemeint hat ja auch ein was später raten was ich kurz wird weil er hat sagen wir nicht was aus dem plasma hoffe der einzige sein damit zum teilen wirkt jetzt auf die gott wird der pisser ausgelaufen war wieder so legendärer ich habe doch gegen ein legendärer gekämpft da ist ja noch einer mit namen damit ich habe da drin irgendwo gespeichert schon vielleicht sollte ich nicht von hier reingehen gehen woanders sein ich habe schon wieder vom auto schaden bekommen habt ihr das gesehen ist das denn bitteschön ich laufe am auto vorbei und kommt schaden diese eine herzumfakt einmal ein automatischer heilung gehen wir mal hier rein macht ihr auf jeden fall drin platt dafür ein kampfgewehr nur so ein normales kampfgewehr ich weiß so hier eine mission hier ich von so einem radar bekommen ab und so eine notiz ja auch die kronkorken das ist eine kiste mit 100 kronkorken gewesen hat sie nicht so gelohnt das wird hier wahrscheinlich auch nicht lohnen aber ich will einfach nur aus dem weg war diesmal machen wir ein bisschen intellekt über die best nein 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 das ja was äh was aber so einfach ne lohn keine kann nicht kann nicht kann nicht kann nicht geschafft persönlichkeit auswählen ja ich kann ja nicht viel gehen sowieso wieder auf mich los lasst ihn einfach jetzt irgendwo hin rennen ich komme ja nicht in die quere ja du gehst und machst halt irgendwas ja sehr gut legendärer ja ich kann ja auch noch ja ich bin ja auch noch nie mega macht mir Eveniner ja ich bin ja auch noch sehr gut ja ich bin ja auch noch nie er noch keinen schaden bekommen hallo dann komme ich nicht in der quere überhaupt nicht kratzen wir gehen aber nicht auf die geschütze los war das geschütze greift ihn an also kommt da langsam schaden Wer immer da ist, der macht den platt, egal, wir haben ein paar Leute aus dem Weg geräumt. Jetzt gehst du natürlich auf mich. Was? Oh, hey? Das ist hier schon wieder passiert. Das ist jetzt explodiert, okay. Wow, da erinnert mich an weiß, haus in V4, äh, 3. Hey, Sprache. Verbesserte Rohrzange, ey. Ja, bist du, ich will gerne in Sicherheit sein. Wow, kurz, ich hab meine an. Genauso ist das weiße Haus auch aufgebaut gewesen. Das ist viel sicherer. Schöne Dokumente, muss ich noch abgeben, irgendwann. Ich kann ja nicht pennen, leider. Wenn ich das hier nicht lohnt, wenigstens, ne? Technisches Dokument. Ja, das ist so gut hier bewacht, das muss jetzt nicht auch lohnen, verdammt. Technisches Dokument. Warum wohl gar? Na, wo ist der letzte? Was ist der? Was ist der später Miene? Okay. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwie passiert, ne? Okay, Leute. Na, wo ist der letzte Miene in die eigene Basis reinpacken? Und wie also? schein ich nicht mir direkt über mir im gegensatz zu anderen leuten dass ich die ganze zeit irgendwie so sagen ja ich höre jemanden oder so das hat doch nicht das muss ich mir irgendwie so anderen so aber ja ich höre was ist bestimmt noch ein technisches dokument was gar nicht mehr viel ich bekomme von dem typen nach 16 mein Gott was ist hier passiert Die scheinen die ganzen technischen Dokumente zu nehmen. Die kosten sowieso nichts an Gewicht oder so. So, wo ist jetzt nochmal die Splittermine gewesen? Vielleicht keine Erfahrungsmunkte mehr dafür kriegen, ne? Bind ich irgendwie doof. So, haben wir jetzt hier alles? Ui! Ui! Ich glaube ja. So, wo ist der eine Typ jetzt, der die ganze Zeit hier umrockt irgendwo? Wo sind die Türme hier? Ist der zweite. So, weiter nach oben. Oh, das kann ich nicht. Was? Oh. Meine. Hast du irgendwie gerade den Alarm ausgelöst? Oh. Oh, shit. Ich komme gerade. Ist dann bestimmt auch irgendwo einer, ne? Oh, was? Der Splittermine. Oh mein Gott! Äh, Splittergranate? Oh Gott! Hat er gesehen, wie viele Dinger da sind? Oh nein, der wirft hat. Hey, wie viele Leute da waren. Wo ist das? Boah. Ich wollte den Aufhänden der ganzen Granaten werfen. Ich muss den werfen, ich bin der Spieler. Ich freue mich sehe noch einen bis jetzt. Oh, kotzt, waah. wenn ich mein fettmänner bei etwa ähnliches einfach keinen schaden macht mir da mal am leben gelassen und ich alle für mich benutzen können da ist ein legendärer auch noch mal aufzug 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 klingt gar nicht mal so schlecht machen ist das krass schon wieder hier ich bin irgendwo sicherer nämlich sicher ich habe echt noch nie so viele super noch nie so viele dinge auf einmal gesehen ja auch mal schon mehr so für schaden das sind auch voll viel die von unten ich werde alle sachen die ich hier habe was wir da noch ort sagen oder irgendwas kommt ja nicht los eine machte kotz war du bist mir die ganze idee Gott, halt. Ich sag einfach nicht, wie kann man so oft in den Weg kommen? Oh, geh doch nach hinten. Wie sie jetzt echt kackt, gell? Boah. So kurz. Oh mein Gott. Geh da hin, verdammt. Alter. Oh mein Stimpact, wenn immer weniger. Oh, hi. Boah, kotzt, ich krieg die Krise. Den fertig. Oh mein Gott. Ey. Fremd ich den so? Ne, aber der trifft Büchstups natürlich. Das reicht's. So. Oh, wieder drei erledigt. Von zwanzig wahrscheinlich. Ryder, hallo. Wo? Wo ist überhaupt der legendäre? Ah, warte. wir sind hier jetzt ehrlich kuckuck du gehst jetzt nicht dort drüben muss auch mal in den kampf reingehen verdammt da musst du dich schon mehr anstrengen ich kenne kreuzwort ist nicht für den kampf geschafft habe ich das gefühl da wie weit ist er noch zurück das ist ja legendäre gleich oder da kommen wir aus ich werde schon wieder von irgendwo getroffen wo seid ihr vor das ist natürlich fair das ist ja die gitter schiebt natürlich unfair ich bin man kriegt schon wieder so viel schaden weil es hat mir die ganze zeit an den getan und trefft ihn nicht wirklich kotz betrifft die laufe die kinder brauche ich auf den los gehen noch nicht los die ganze zeit ist das ist das ist auch mein gott ehrlich macht den fertig haben tristet mit dem flammenwerfer nicht oh mein gott sollte für die schüsse sind viel zu laut irgendwie hört man wahrscheinlich eine aufnahme mal guck mal wie viel meine motion jetzt untergegangen ist da wusste wo ist der andere typ ich muss sagen dass ich bleibe komme ich überhaupt da hoch das ist auch mit zum teil ich glaube wir hatten plasma gewähr ich bin jetzt ich habe gerade gesehen wie viel schein ich glaube und das war so farne quicksafe ehrlich dauerster haben wir Ja Ja, für Panin so muss das so muss dann und kretschern was soll echt öfter mit einer axt rumlaufen und wie bringt es die folge also war leser gewähr aber nicht wie leser schlusser aus von schießt du jetzt wieder da hat er besser noch übrig ich war meine als der rite oder die rite ist noch der rite wie du willst du dann glaube ich nachkampf einfach sind voll überpowered voll übertrieben schaden zum teufel er stand da und hat nicht geschossen das ist ein schönes duchernotter du bist ein ja 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 das war episch weil das holoband ok das hat es dir ich höre aber egal aber schön wenn ihr noch weil das holband abspielen interesse gut gemacht, wirklich gut gemacht ja, das finde ich auch Reiner Solomand ich denke, es ist der Versus ja, das war ein Kampf wieder Kruse hat bekommen, was er verdient für diese Feigheit hätte Captain Wess ihn degradieren sollen er ist ein Weichei und das sieht man an den Leuten, die er anführt verdammt nochmal, wir sind Gunner wir fliehen nicht und seine Strafe? das oberste Stockwerk des HQ bewachen und ich und die Jungs sind hier unten in diesem finsteren, kalten, beschissenen Keller stationiert morgen werde ich mich als erstes mit dem Captain unterhalten und ihm meine Meinung sagen wer weiß, vielleicht werden wir versetzt wir erleben endlich echte Gefechte ja, und dann bin ich aufgetaucht ja, würde ich mal sagen ich beende bald hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4 und werden die Gunner Basis noch weiter erkunden ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten Folge bis zur nächsten Folge bis zur nächsten Folge bis zur nächsten Folge